hi ladies heute ist das thema graue haare also ein grauer ansatz oder grau gewordene strähnen leider haben wir sie oder wie bekommen sie manche früher manche später in sehr blondem haar fällt es nicht so auf aber wenn die haare hellblond sind oder mittelblond oder dunkelblond oder braun oder whatever sieht man eigentlich schon nach drei bis vier wochen wie diese grauen haare wieder zum vorschein kommen weil unsere haare ja nachwachsen so und also ich versuche dass alle vier bis sechs wochen sagen wir mal fünf sechs wochen den ansatz komplett zu färben entweder gehe ich zum friseur oder ich mache selber aber alle drei wochen also ich meine ich habe das ist drei wochen her ja und schon wieder seht ihr habe ich hier und immer ist es am scheitel es ist nicht also alles bei mir hinten ist gar nichts es ist am scheitel und es ist hier an den seiten und das sieht irgendwie ungepflegt aus mein empfinden so nun hat sich natürlich die firma seios auf zack wie sie sind haben sie sich was tolles einfallen lassen ihr kennt es vielleicht schon ich habe es gesehen bei dm und auch in der werbung im fernsehen saios haar mascara einfache schnelle präzise anwendung punktuell kann man graue haare besonders einen grauen ansatz kaschieren ohne also dass man kaschiert das im trockenen zustand die haare müssen also gewaschen sein müssen trocken sein und sofortiges ergebnis wird prophezeit und ich habe es auch schon ausprobiert und es stimmt man muss natürlich nur die richtige haarfarbe für sich finden es gibt also hellblond also zehn nuancen gibt es hellblond und dunkelblond und mittelblond und dunkelblond und maragoni also zehn nuancen da findet bestimmt jeder seinen passenden haarton also das ist jetzt hier dunkelblond ist ziemlich easy und kostet 7,95 euro ich habe im netz geschaut bei amazon das liegt immer so zwischen 7 und 8 euro mal 7,50 mal 97 also um die zwischen 7 und 8 euro ist eine geniale angelegenheit besonders für zwischendurch wenn ihr keinen bock habt zum färben oder wenn ihr jetzt ein wichtiges gespräch habt oder einfach gerade wenn man die haare jetzt auch zusammen hat und einen scheitel und dann sieht man diesen ansatz und hat keine zeit und denkt doch mensch das sieht aber irgendwie blöd aus was mache ich denn da ich habe kein geld oder keine zeit zum friseur zu gehen das heißt ein friseur ist ja teuer ansatz färben ist es richtig teuer kommt auch an wo man lebt aber in großstädten ist es ziemlich teuer so das ist eine genaue anleitung auch noch mal hier drin enthalten so das ist das gute stück sieht wirklich aus wie eine mascara insofern lohnt sich die anschaffung schon von 7,95 euro die ich jetzt bezahlt habe weil es garantiert ja eine mehrfache anwendung wichtig ist dabei nicht zu viel auftragen also punktuell ihr benutzt es wie eine mascara nicht dass ihr da so klumpen auftragt ich versuche das jetzt mal hier also die farbe ist drauf ich mache das jetzt mal hier hinten also es ist gar nicht so einfach ich mache das mal so um also ich gebe jetzt hier die farbe auf nur dieses stück nehmen wir mal also beide seiten natürlich wenn ihr das zu dick auftragt dann ist der trocknungsprozess zu lang und es bilden sich wie gesagt klümpchen wie geschrieben ich stelle den spiegel jetzt mal hier hin dann seht ihr das glaube ich besser also eine einfache wirklich eine ganz einfache und die haarfarbe passt bei mir perfekt da müsst ihr natürlich drauf achten ja so hier naja klar die wachsen eben raus und dann so die trocknungszeit sind so zehn minuten ich gehe jetzt noch mal hier entlang hier vorne ein wenig ihr seht ich habe ganz also minimal farbe aufgenommen so ich denke mir dass das für viele eine alternative ist so mal für zwischendurch man kann also super für den ansatz man kann sich aber auch dass in in die längen geben also eine ganze strähne jetzt muss die ganze geschichte trocknen und dann wie gewohnt kämmen ich werde jetzt mal die kamera ausmachen und nachher komme ich gleich wieder circa zehn bis 15 minuten trocknet diese farbe ihr solltet nicht föhnen es wird empfohlen die haare luft zu trocknen deshalb präzise mit diesem bürstchen die farbe aufgeben nicht zu viel nehmen keine klumpen es ist eine geniale zwischendurch grauabdeckung für den ansatz oder eben auch für haarlängen halten tut die ganze sache bis zur nächsten haarwäsche und ihr braucht jetzt auch keine angst haben dass es irgendwie schädlich ist also es juckt nichts es kribbelt nichts dieses wird ja nicht auf die kopfhaut gegeben lediglich in die haarlängen ja also mit diesem bürstchen mit dieser haarmascara finde ich haben die sich was tolles einfallen lassen um den grauen haaransatz zwischendurch zu kaschieren ich bin damit wirklich zufrieden ich habe es nicht gedacht ich dachte ich probiere das jetzt aus mit euch zusammen und zeigt euch das und vielleicht ist das ja auch was für euch falls ihr graue haare haben solltet vielleicht habt ihr sie auch nicht aber ich glaube irgendwann geht es bei jedem los und naja das war's für heute meine lieben ich wünsche euch wie immer das beste seid besonders gut zu euch und bis bald ciao